Was ist denn? Wir sitzen jetzt einfach drinnen. Keine Ahnung. Hat ja gerade gesagt. Das hat den Hülde. Kannst du jetzt? Mhm. Das hat ich jetzt nicht gewöhnt. Aber er hat dann doch gesagt. Ich bin nicht gewöhnt. Das können wir gleich sehen. Ich möchte die Landkarte noch nachzuprägen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020